Ihr werdet hier immer in dieser Transition-Zeit. So, wir sehen hier Kalinki gegen Fred Faulich. Ja, also wir sehen hier auf jeden Fall einen Charakter, den wir von Fred Faulich so noch nicht gewohnt sind, und zwar Palutena. Bisher immer nur mit Terry war das, glaube ich, unterwegs. Deswegen, also im Moment sieht das sehr gut für ihn aus. Macht das hier auf jeden Fall gewieft. Letztes Mal hatten wir ja auch schon Crews, und da haben, glaube ich, sogar Fred Faulich und Kalinki gegeneinander gespielt. Oder nee, ich glaube, das waren Singles. Und da sah es auf jeden Fall deutlich besser aus für Kalinki. Aber noch ist der erste Stock ja nicht unten. In diesem Format ist es ja sehr wichtig, die Stocks wirklich zu holen. Nur das macht den Unterschied. Da man, selbst wenn man 200% hat und den Stock noch besitzt... Oh, und ein böser SD, ein böser SD. Und damit die Führung für Kalinki tatsächlich. Okay, mal schauen, wie das hier weitergeht. 164 und... Kombostarter wurde noch nicht gelöst. Ich kann mir vorstellen, dass Flora der Anchor ist, hier in dieser Crew. Bei Slice und die Homies könnte das... Ja, das machen die... Es werden ja immer gerne Heavies genommen. Oh! Ja, smart, smart. Okay, und das hat sich hier ganz, ganz schnell gedreht. Nach eigentlich einem guten Start für Fred Faulich. Aber mal schauen. Vielleicht kann er noch etwas von dem Erfolg replizieren, den er hier am Anfang hatte. Okay. Also dieser Stock sieht auf jeden Fall deutlich mehr even aus als die anderen. Wir brauchen hier auf jeden Fall ein paar Nairs, ein paar Abairs, etc. von Fred Faulich. Damit er sich hier nochmal zurückkommen kann. Oh! Ein böser Spike. Das ist ein Two-Stock. Also... Kalinki jetzt mit zwei Stocks immer noch. Und mal schauen, was Flora und die anderen da für ein Teammitglied als nächstes reinschicken. Ja, ich sehe hier Chut-Chut. Steht auf. Ja. Es sieht also nach einem Pikachu aus. Pikachu gegen... ...Kazu, ja. Na, bin ich mal gespannt. Und... ...Handessen wird hier schon die Stage gewählt. Wie ihr sehen könnt, haben wir eine neue Ansicht. Ich glaube, das ist immer ein bisschen entspannter, wenn zwischen den Sets nicht viel passiert. Dann, ja, könnt ihr sehen, was in-game abgeht. Ihr könnt sehen, was in der Player-Cam abgeht. Und was hier bei mir abgeht. Und was geht bei mir ab? Ich... ...gönn mir einen Tee. Ganz wichtig jetzt gerade. Ganz wichtig. So. Und... ...ich sehe schon... Oh, okay. Wir sehen hier keinen Pikachu, sondern ein Garnendorf. Garnendorf. Ja. Da ist das Stock einmal weg. Okay, dann es geht. Ah, okay. Ja, also ich glaube, dass Garnendorf an sich auf einem bestimmten Level noch gar kein schlechter Charakter für Kruise ist. Kann natürlich auch früh killen, wenn er es hier schafft. Oh, okay. Wollte hier direkt den Reed haben. Damit hätte er natürlich den Stock auch schon geholt. So, weggesniped. Das ist immer das Kryptonit von Garnendorf. Offstage. Eine absolute Niete. Schöne Back-Air. Reicht noch nicht. Oh, da hätte er tatsächlich überkommen können. Schöne Abbie. Und damit ein Stock auf Kalinke jetzt nur noch. Chuchu kann das hier wieder even machen. Oh. Ah, okay. Hat sie mit dem Reed versucht. Aber sieht gar nicht schlecht aus gerade für ihn hier. Oh, er geht offstage. Oh. Sehr schön gemacht hier gerade. Von... Ich meine, das war wirklich Boise hier gerade. Ähm, das wäre... Das war eine Fight-or-Flight-Geschichte gewesen. Also, er hätte hier auf jeden Fall den Stock verloren, wenn er nicht getroffen hätte. Also, 6-6. Chuchu holt das Game wieder zurück. Okay. Ja, mal schauen, wer jetzt reingeholt wird. Das sieht nach Slicer aus. Slicer das erste Mal hier auf NEZ. Ähm, ist, glaube ich, so mit in der Crew, so mit Akkusativ und, äh, Fred Faulig. Ich glaube, die kommen so aus der Richtung, ähm, Flensburg. Oder Umgebung, ich weiß es nicht so genau. Ja, mal schauen. Also, wie gesagt, ich habe gehört, hat zehn Stunden in diesem Game drin. Aber mal gucken, vielleicht ist das Talent ja da. Ah, okay, jetzt muss erstmal natürlich der Tag gemacht werden. Das heißt, dann gönne ich mir nochmal einen Teebeutel. Hm, was haben wir denn hier? Spekulatius brauche ich hier jetzt noch nicht. Oh ja, ein grüner Tee. Grüner Tee sieht gut aus. Was gönnt ihr euch denn für eine Teesorte? Eigentlich muss ich mir mal das Tablet zurechtlegen, dass ich sehen kann, äh, was ihr schreibt, falls ihr was schreibt. Ist ja immer noch relativ früh, ist noch vor zwölf, jam, am Samstag. Okay, gut, geht's schon los? Ah ja, dann können wir noch einmal gucken, was hier für eine Stage gewählt wird. Und, ja, also, was kann man noch dazu sagen? Slicer, der Namensgeber der Crew, natürlich, die Berühmtheit. Wer dann noch in der Crew ist, Fuego, Elo und Squalln. Also, die haben auf jeden Fall noch Firepower. Flora ist natürlich auch noch da, dürfen wir nicht vergessen. Ah, perfekt, ja, sauber. Guck mal, genauso wünsche ich mir das Vorsicht. Hängt hier mal so ein bisschen. Hoffentlich traut er nicht wie ich. Ja, sah man so gut aus, ne? Das war wild. Okay. Schön an YouTube. Okay, also, du kennst Slicer? Ich, äh, kenn ihn so ein bisschen, ja. Mit seinem Smash-Game bin ich nicht so vertraut. Mhm. Ähm, aber ich hab mit ihm die eine oder andere Lied gespielt. Okay. Ja, also... Boah, krasser, äh, krasser F-Smash von Chachat. Ja, hier mit dem Garn doch unterwegs. Keine, keine schlechte Idee. Ähm, ja, oh, immer noch am Leben. Sehr schön. Still standing. Ja, für zehn Stunden in Smash. Ist der Recovery schon mal? Ziemlich solid. Ich hab 600 Stunden und, äh... Oh, Throne. Boom, Nair. Okay, Side-B. Ich weiß nicht ganz, was er da gerade... Oder irgendwie den Käfer auf der Stage da gerade grabben. Ja, Moment. Oh, Down-Hair. Oh, und Doria. Warum feier ich das? Ach, nee, warte, das meinte ich ja. Oh, krasser Spot-Dodge auf jeden Fall. Oh, okay. Vielleicht kann er hier noch einen Stock holen. Der Stock sind halt immer schnell weg. Wird Chachat hier etwa get-fickt, Junge? Oh, sorry, sorry. Mein Fehler. Okay, 129%. Äh, man könnte sagen, dass da läuft... Gandalf erst warm und... Oh, noch ein Doria. Hm, da kann das sehr schnell gehen. Ja. Okay, warte mal, das waren vierer Teams, ne? Das waren vierer Teams. Das heißt, es wird mit zwölf Stocks gestartet. Heißt, jetzt sind die erst bei sechs. Also das eine Team ist bei sechs, das andere bei neun, glaube ich. So, jetzt kommen Fuego, Elo und Chachat oder Squallin. Ach ja, stimmt. Wir hatten ja noch mal gucken. Ja, ich bin gespannt. Also jetzt im Moment, das war schon eine Winning-Condition gerade. Das war schon... Hier wird gerissen. Ein bisschen Tilting. Es hat so gut angefangen, ne? Dann kam diese Up-Air. Ja, dann kam diese Up-Air und dann ging alles Down-Hill. Oh, und wie ich dann auch noch von dem Neutral-Bee da weggehalten wurde. Das war so traurig. Ja, die Side-Bee, dieser... Wie nennt sich das? Nennt sich das einfach Suicide? Da, wo einfach mit der Side-Bee runter ist mit dir? Äh, das... Ich weiß gerade nicht genau, wie man das nennt, aber ich weiß, was du meinst. Das Ding ist, da kann man sich gegensteuern. Da hätte ich gegensteuern können, hätte ich zu früh genug reagiert. Aber... I guess der letzte Seed ist halt auch verdient. Oh, Hero. Hero, den sieht man nicht auch von Skor. Den sehe ich eher in Frenties. Den Garnondorf, äh... Ja, mit den ganzen Projektilen. Da kann man halt jetzt super krank exportieren aus Garnondorf, weil... Ja, er ist halt ein Hexenmeister, ne? Er so... Ja, ja. Direkt so mit Side-Bee. Ich hab einmal gegen den Hero Online gespielt, die das ja Side-Bee gedrückt hat. Und schlimm sind... Ich würde sagen, ja, Schilden, ne? Die kosten so viel Mana. Ja, aber es ist... Also, er hat halt Online-Bag und so. Ja, ja, ja. Ja, man kennt's. Also, ich hab ewig nicht mehr Online gespielt, obwohl ich inzwischen gutes Internet hab. Es ist einfach... Die Narben sind zu tief. Ja, schrecklich. Oomph. Okay. Psych-Up. Psych-Up, ja. Oh, das ist jetzt aber gefährlich. Aber auch für ihn, auch für ihn, ja. Ja. Erhöht das auf Damage, den man taket, oder? Also, es ist auf jeden Fall die Knock-Back-Range, also... Achso. Du fetzt auch mehr, wenn du da voll gebufft bist. Der Snooze war sehr, sehr optimistisch da. Bounce gegen Garnondorffs Projektile ist ne sehr gute Idee. Hexenmeister, wie gesagt. Ja, ja, Hexenmeister, der holt gleich nen Feuerball raus. Okay. Ich muss sagen, die Abis, die sind schon ziemlich clean. Die sind, ja, also auf jeden Fall, auch, dass er halt die Leute damit in den Command bleibt, dann halt auch seinen Shield holt. Oh, oh, okay. Und auch Off-State. Oh. Hier schon der. Ah, ah. Fair. Oh. Immer noch da. Er hat ihn aber, er hat ihn aber reconvert. Hm. Noch ein Abbi. Noch ein Abbi. Machen auch dick Damage. Das hat er grad für... So, jetzt irgendeine Attacke von Garnondorff wird eigentlich killen. Oh. Wär cool, wenn ein Hero jetzt wieder irgendeinen random Insta-Kill macht. Ich sehe Kritze. Boom. Oh. Einst, ob das so lang aktiv ist? Ja, das war grad wild. Oh, kann er da recovern überhaupt noch? Wow. Oh, mit dem Flameslash noch hinterher. Das war so fies. Garnondorff war weggeworfen. Der Magnet in der Hand war doch schon fast dran. Kann er hier noch einen Stock holen? Oh. Er braucht ein bisschen Stock. Oh. Ist aber sehr, sehr vorsichtig. Feuerball. Ich meine, er hätte es getan, ne? Ist nicht so risky. Und... Oh, F-Tilt. Oh. Ja. Wird im F-Tilt. Sehr schön. Kaboom. Okay. Okay, also warte mal. Es steht gerade... Sieben zu fünf, ne? Sieben für Slice anti home. Oh! Die Magic Burst! Ja. Was ein Finisher. Okay. Das heißt, sechs zu fünf. Fünf zu vier. Ja. Drei. Sechs zu fünf müsste stehen. Sechs zu fünf für Flora und die anderen. Ja. Okay. Das Team Pain. Ja. Ich bin gespannt. Ähm. Vom Ding her. Fuego, Elo und Squall. Kommt ganz auf die Leistung jetzt an. Tatsächlich. Wer ist noch in eurem Team? Außer Flora? Akkusativ. Akku, ja, noch. Okay. Darf man denn... Eigentlich darf man jetzt wieder... Der letzte Tritt vorm Endboss. Darf man jetzt noch wechseln? Ne, ne? Ne. Ich glaube nicht. Wenn man schon den praktisch angebrochen hat, den Charakter, kann man nicht nochmal wechseln. Genau, genau. Wenn man irgendwie JB Ford oder Three Stock, darf man dann den Charakter wechseln? Ich dachte, man legt sich wirklich auf den Charakter fest. Ja. Würde ich jetzt so spontan auch sagen, aber... An sich kann man das spielen, wie man will, ne? Würde auf mich auch am meisten Sinn machen, weil es ja quasi so ähnlich wie Squad ist. Okay. Also ich glaube schon, dass die Entscheidung hier richtig war, auf K. Rool zu gehen. Ich glaube, die Alternative wäre gewesen... Samus. Ja. Ne. Nicht gegen Hero. Nicht gegen Hero, nein. Aber, dazu muss man auch sagen, auch... K. Rool kann man sehr viel mit Projektieren spielen, ne? Und sich da umzustellen, ist gar nicht so leicht. War schon ein bisschen unerrig gerade, wie er den New City B-Show geladen hat in Endless ability. Der Bounce. Oh. Oh, das sieht nicht gut aus. Ich kann mir vorstellen tatsächlich. Hahahaha. 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 Der Bounce von seiner eigenen Krone reflektiert. Damn. Aber dafür Low Mana. Jetzt hier gerade bei Squall. Ja. Okay. Okay. Squall ein bisschen an seinem Hero gearbeitet. Ist ja gerade aus seiner... Solides Gameplay, das legt er hier gerade an den Tag. ...aus seiner Indonesien-Trainingsreise zurückgekommen. Ja, da hat er ja richtig eine Demo rausgeholt. Oh, wow, okay. Okay, wir haben schon. Ja, in Indonesien ein Turnier gewonnen, einmal Dritter geworden. Sonst hier gut repräsentiert. Schleswig-Holstein in Indonesien. Ja, ist ja auch oftmals bekannte Rivalität zwischen den beiden. Ja, genau, Partnerstadt praktisch. Partnerstadt. Singapur. Ist ja nebenan. Oh, nein. Oh, GG's. Wow. Der Snooze. Damit habe ich tatsächlich überhaupt nicht gerechnet. Dass der connected? Nee, also, dass das hier ein Three-Stock praktisch wird. Ach so, ja. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Aber der Snooze war auch auf mich sehr überraschend, dass der überhaupt connected hat und dann das auch für Upsmash gegangen ist. Okay, das waren schnelle drei Stocks. Das heißt, es steht jetzt 5 zu 3. Für Slice und die Homies. Jetzt können wir vielleicht auch mal actually so ein Match sehen. Was nicht? Einfach ein Silver Swamp-Its. Ja. Das ist jetzt halt Hero, ne? Also, ich weiß nicht, ob Squall praktisch schon vorhatte, mit Hero gegen Flora zu spielen. Ja. Hat jetzt hier einen Stock verloren. Das geht noch voll klar. Aber hat jetzt halt Bounce, ne? Ja. Das heißt, der Pressure mit den Gordos ist deutlich geringer. Das ist quasi non-existent. Wenn er es hinkriegt, Bounce die ganze Zeit aufrechtzuhalten. Okay. Der Anchor in diesem Game. Turning Point. 5 zu 3. Das ist alles machbar. Oh, da lädt er jetzt aber nicht den auf. Okay. Smooth. Oh, die Smooth-Geschichte. Sehr schön. Gordo. So, Offstage jetzt. Guck mal. Downflow von Hero. Ich hab auch gefühlt, ist der Hero besser geworden. Von Squall. Ja, auf jeden Fall. Er wollte einen Raw-Hatchet-Man machen. Why not? Ich feier auch einfach. Hatchet-Man ist sehr stylisch. Ich hab Hatchet-Man in meinem Leben vielleicht noch 2-3 Mal getroffen. Also, weil ich hab die Hero eigentlich nicht so oft, aber es ist ein geiles Gefühl, wenn man ihn trifft. Auf jeden Fall. Das ist es. Auch das Geräusch. Oh, ja. Okay. Also. Noch ein Hatchet-Man. Muss man. Muss man machen. Wenn er da ist, dann nimmst du ihn. Ist wie mehr Kamikaze. Genau. Okay. Oh. So, jetzt wird's spannend hier. Da ist der Crit. Der Crit. Okay. Das heißt, Squalln, äh, hier, Flora wird hier definitiv nicht fresh in das letzte Match einsteigen, falls Squalln das hier jetzt nicht gewinnt. Oh. Ah, zwei Stocks gegen Flora. Bubble fast gepoppt hier. Ja, da wartet man ein bisschen an der Edge am besten. Dash-Tag. Oh, kopflos. Squall sieht in der Player-Camp immer so ein bisschen aus, wie so ein enttäuschter Vater während er spielt. Oh. Gorda und dann noch von dem Abi von Hero wieder hochgekommen. So wichtig jetzt gerade. Sehr wichtig jetzt gerade. Und dann Bounce. Okay, Bounce ist jetzt gerade sehr wichtig. Das ist sehr, sehr nutzvoll. Oh, oh. Sehr. Oh. Und mit einem Fähr rausgehauen. 90 Prozent, zwei Stocks. Das ist machbar. Das ist tatsächlich machbar. Ja. Ja, jetzt kommt's drauf an. Also. Wer ist der Letzte aus deren Crew? Fuego Elo. Oh. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier sehr knapp wird. Und ich bin gespannt auf den Charakter von Fuego Elo. Spielt er nicht Fox? Oder spielt alles irgendwie. Also spielt Fox, ja. Kann man machen gegen DDD, ne? Also ich, also. Dusina. Oh, keine Ahnung, was da noch alles spielt gerade. Aber hat schon einiges im Bracket, glaube ich, ausgepackt. Falco. Ja, der müsste eigentlich auf der Switch drauf sein. Scaldi habe ich da gerade gesehen. Da wurde er rausgelöscht. Das ist immer das Traurige, dass, ja, dass man nur limitiert Platz hat. An sich würde ich gerne jeden drauf lassen. Aber das ist ja so immer die Stream-Switch. Da geht dann praktisch jeder drauf, der einmal on-stream spielt. Da kann es schon mal sein, dass da einer weg ist. Ja. Mal gucken, wer dafür gelöscht wird. Das ist immer spannend. Wer wird dieses Mal gehen? Also frech SDN löschen oder so. Ja, wer haben wir? Ich weiß noch, einer war immer disrespectful, hat immer irgendjemanden gelöscht, der... Hat immer irgendjemanden speziell gelöscht. 17. Wüsste ich jetzt auch so genau nicht, wer das ist. 17 ist doch... Ist das nicht Justin? Ist es? Hat der nicht immer Zahlen als Namen? Oder hat er für immer... Ja. Ja, ich wusste es. Der wechselt dann auch immer den Control-Schem für verschiedene Charaktere. Ah, ja, das ist halt immer so das Ding, ne? Wenn das nicht deine eigene Switch ist und du drei brauchst, ist logistisch immer schwierig. Ja, aber bei Smash macht es schon Sinn. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei anderen Fighting Games ist, ob man da so viel die Controls ändert. Aber bei Smash macht das schon Sinn. Bei anderen Fighting Games hast du ja auch so viel eine größere Variety an Controllern, die du nutzt. In Smash ist es halt meistens entweder GameCube oder Pro. Wo ist die Wii-Fan-Modino? Naja, oder die Wii-Fan-Modino. Ein einziger Joy-Con. Aber es ist tatsächlich der Fox. Ich habe ja ein ganz großes Problem mit dem Fox. Also, das ist mein Personal Encounter einfach. Ja, ist schnell, ne? Kann einen ordentlich überrennen. Ja. In diesen Momenten, wo du halt failst und der schon wieder auf dich zuläuft, musst du halt gut sein. Also zum Beispiel, dass du aus dem Freefall rauskommst, auf den Boden kommst und dann direkt schildest. Bei mir ist es zum Beispiel ganz oft so, dass ich schilde, bevor ich auf den Boden komme. Und dann kriege ich nur einen Air-Dodge auf den Boden und habe mehr Leck. Ja, also so eine Sachen. Okay. Oh! Wichtig, richtig. Strings. Und dann haben wir den Shining Gordo Reflekt hier. Gefährlich. Oh. Okay. Nein. Ich hatte Gott Angst. Oh, der Reflektor Gordo. Ja, es sind jetzt schon 120. Im Endeffekt kommt es darauf an, ob er diesen Kill holen kann oder nicht. Ja. Das ist bei DDD halt so, wenn der erstmal Rage hat, dann bist du jetzt schon in Kill-Prozent. Genau, es ist gerade noch ein Super-Havy. Okay. Ja, Super-Havy. Das heißt, so die Back-Air oder die Up-Air von Fox killen halt nicht einfach so. Oh. Aber man ist halt auch sehr schön. Man ist aber halt auch komplettes Kombo-Futter. Mhm. Hat gut gestartet. Weil, wie gesagt, man muss halt immer irgendwie den Kill bekommen. Das ist halt so das Ding. Und Flora ist auch richtig gut, einfach den Stock zu behalten. Und sie ist die Defensive, die sie jetzt spielt. Oh. Okay. Man muss jetzt ein bisschen hoffen, dass Flora Cooking Mama in die Switch einlegt. Und hier ein bisschen die Custom-Kombos rausholt. Oh. Hast du da zwei Beutel entgegen? Ja, ich war zuvor, den anderen rauszunehmen. Dann müsste ich Basketball spielen. Ah. Ja. Ja. Und den Mülle einmal treffen. Oh, das war's fest gewesen. Oh. Der Reflektor-Gorno. Geht der im gleichen Winkel zurück? Ich glaube schon. Ich glaube, ich schlafe. Boah. Strims. Ja, ganz wichtig jetzt gerade für Fuego hier ein bisschen Damage zu machen. Auch die kleinen Laserschüsse sind schon wichtig. Genau. Wenn du zwei Stocks hast und einen Lightweight spielst. Oh, das war seltsam. Das kommt in den Gordo. Ja, die sind schwierig. Ist kein Sprung mehr. Fliegst du in den Gordo rein. Boah. Nee, Moment. Auf jeden Fall klare Lead. Hier für Fuego. Und wenn er hier jetzt gerade den Stock zuerst holt, dann freue ich mich vielleicht auch auf die Begegnung. Oh, Backer. Später. Okay. Wir haben es hier gesehen. Mit zwei Stocks in Führung. Ist echt, also, ich glaube, der Seedpool in den beiden Teams ist nicht.